Perfekter Auftakt beim Heimturnier Die deutschen Nationalmannschaften sind mit ungefährdeten Siegen in die Rollstuhl-Basketball-WM gestartet. Im Hamburger Inselpark gewannen die Männer 84 zu 40 gegen Afrikameister Marokko, die Frauen waren mit 87 zu 24 gegen Algerien, ebenfalls Afrikameister, erfolgreich. Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Nikolai Zeltinger war Thomas Böhmel mit 22 Punkten, die deutschen Männer spielen bei der ersten Heim-WM in ihrer Vierergruppe noch gegen den Iran, Samstag und Kanada, Sonntag, beide 18 Uhr, Die Frauen bekommen es in einer von zwei Sexor-Gruppen noch mit Argentinien, Freitag, 18 Uhr, Frankreich, Samstag, 14 Uhr, Paralympics Sieger USA, Sonntag, 12 Uhr 45 und China, Mittwoch, 9 Uhr 30 zu tun. Untertitelung des ZDF, 2020